ja guten morgen ja für alle die es interessiert so sieht es momentan bei bambletown aus alles frisch eingetroffen weihnachtskugeln ohne ende hier haben wir das kripte dunkelgrün der römer der bämbel darf nicht fehlen aus in bronze mit dem römer ganz in schwarz silber auch sehr elegant was haben wir denn noch wunderschöne bämbel in bordeaux und zu guter letzt das allerbeste goldgelb kriptes goldgelb wie soll das anders sein ja gibt es jetzt alles sofort hier in rödelheim bambletown design ansonsten über unsere website www.bambletown.de wir freuen uns und ja acht wochen ist weihnachten dann wünsche ich frohes dekorieren ciao ciao Oh.